Ich will spiel! Los! Starte das Spiel! Nur warte! Alle Hörer! Ich will am U-Tournament spiel! Los! Starte das verdammtes Spiel! Starte das Spiel, du Hurensohn! Das wird spiel! Ich schaffe das noch einmal! Los! Auf den Weg! Los! 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 Was ist das denn?! Oh mein Gott! Was ist geschehen?! Ich will am Risch verspielen! Schnelles Start! Jetzt geht's los! 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 Spielen! Du Fixer! Spielen! Alle Hörer, die wir spielen! Es lädt! Es lädt! Ich weiß nicht, dass es lädt! Wenn es lädt! Dann... muss meine Hörer, Hörer, Hörer! Hörer, ich will hier... Ich will mich krass und mich verlieren! Ich weiß nicht, dass ich mich nicht... Ich will mich krass und mich verlieren! Ich will mich krass und mich verlieren! Krass! Einfach positiv, Deppi! Gleich geht's los! Positiv! Es geht los! 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 Du Hurt! Nimm das! Frisch das! Ja, ich hab ihn umgebracht! Los, los! Frisch das! Einige Schweinze! Scheiße! Du Hurtsohn! Ich lass dich umbringen! Nein! Es ist ein Feiler! Es ist ein Feiler! Es ist ein Feiler! Oh! Ja! Ja! Ich drück auf Feuer! Oh! Der, der, der Escape Knopf fehlt! Der Escape Knopf! Wo ist der? Wo ist der Escape Knopf? Wo ist der? Warum nehm ich mich nicht? So! Ich brauch keine Hilfe! 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 Ja! So! Der Hack Knopf als Enderknopf ist! So, gut, so! So, jetzt mach ich euch mal fertig! Genna! Ja! Er geht nicht! Okay! Ich werd euch fertig machen! Ich werd euch einfach fertig machen! Ja! Frisch das, du Hurensohn! Ich werd dich fertig machen! Ja! Ich hab ihn umgebracht! Ja! Ich werd euch alle töten! Ja! Frisch das, du Hurensohn! Ich werd dich fertig machen! Ich werd dich fertig machen! Ich werd dich einfach! Ich werd dich einfach abknallen! Mit der Sohn Driffl! Ich werd dich einfach abknallen! Ja, Boah! Mit der Ruhe und sonst schießt er auf mich! Ich werd Vikings zum Schiechste auf mich! Nein! Ist du ungespräch, was ich sonst lunch bin?! Nein! Nein! Ist du ungespräch! Nein! ARD Text im Auftrag von Funk